Oma, ich hab kein Geld mit. Tja, ich auch nicht. Danke, Oma. Dafür hören wir jetzt aber auch meine Musik. Mit der Pace Drive App und GiroPay direkt am Display des Autos bezahlen. Aus dem Fahrersitz via Apple CarPlay und Android Auto. Einfach, bequem und sekundenschnell. Jetzt in 14 Ländern an über 4000 Tankstellen. Untertitelung des ZDF, 2020